Hey was ist denn das? Ich will ein Lama oder was? Kein Lama da, oh mein Gott. Willkommen zurück zu The Sims 3. Die Sims 3 oder auch gesagt, das sage ich irgendwie immer. Und sie läuft gerade auf dem wunderschönen Laufband. Sieht das seltsam aus. Hm, na du. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. So, dann lauft mal weiter. Boah, das tröpfelt so richtig und leckt auch ein bisschen. Ähm, wir haben ja jetzt die Million. Ähm, und ich würde sagen, ähm, wo ist denn er? Muss er gerade arbeiten oder scheint fast so? Jemanden kennenlernen, aha. Okay. Wir können natürlich auch in die Zukunft dann bald reisen und da auch was machen, aber ich würde eigentlich gerne hier noch ein bisschen was machen. Und vielleicht nach einem neuen Haus suchen. Es würde mich eigentlich sehr freuen, wenn wir irgendwann ein neues Haus hätten. Kann man sowas nicht kaufen hier? Scheint nicht so. Schade eigentlich. Funkelnder Strand, okay. Ah, das sieht ja eigentlich cool aus. Obwohl, das ist größer, oder? Luxusvilla. Ich würde sagen, das besuchen wir mal. Vielleicht können wir das ja auch irgendwie dann kaufen. Wie geht es eigentlich dem Hund? Nur so als Frage. Wir müssen mal auch wieder beschäftigt werden. Ach, der eine kommt gerade nach Hause. Das ist ja prima dann. Dann kann der Hund ja gleich irgendwie... Ähm... Lol, der Hund war nicht gefunden. Okay. Zuneigung. Ähm... Oh Gott, Schmerze. Oh Gott, okay. Wenn du das meinst, dass du das machen möchtest. Ähm, Bauchkraulen. Der braucht auf jeden Fall ein bisschen... Alter, ist hier oben, ne? Voll so das Geratter einfach nur. So richtig übertrieben. Spielen, Spaß haben. Oh, tolles Spiel. Das muss ich auch mal ausprobieren. Hust. Umarmen dann noch. So, dann hat er erstmal ein bisschen was gemacht, ne? Ähm... Dann muss er mal duschen. Dringend. Wie sieht's denn bei ihr aus? Oh ja, die müsste auch duschen. Ja, ja, kannst du später. Wohl, wer hat denn die Energie? Ja. Weißt du was? Machst du? Warte jetzt einmal und gehst dann pennen. So. Oh Gott. Ist sie jetzt fertig? Okay. Also, noch mal das gleiche. Besuchen mit Buffy natürlich. Und ja. Vielleicht kann er da auch eine Freundschaft pflegen. Das wäre auch cool. Ja, gib ihm den Ball halt. Hä, was ist denn das? Ich will einen Lama oder was? Kein Lama da. Oh mein Gott. Oh, ist das fluffig. So, dann geh du mal duschen. Hm. Okay, die denkt sich gerade, er soll duschen gehen. So wie es aussieht. Was er aber jetzt auch macht. Tollerweise, ne? So ein Zufall aber auch, dass er das jetzt genau macht, ne? So, der Hund pennt wieder. Läuft bei dem. Wollte der denn nicht mitgehen? What the fuck? Was hat denn der für ein Problem? Aber hörte das? Das sind leise so Grimmel manchmal jetzt zur Zeit. Das finde ich eigentlich ganz cool, so Atmosphären mäßig. Das fällt mir jetzt erst auf. Hm. Nein, komm zurück. Ich will doch mit dir gehen. Also halt nicht so, aber... Hm. You know what I mean? Sitzt er da wirklich drin? Wann fährt er? Oh, er sitzt wirklich drin. Guck nur blöd. Das ist eigentlich auch voll das nächste Bild, so. Hm. Wollte der fuck, wer ist denn das? Äh, Fatih jetzt mal? Ah, der Hund? Alter, der Hund rennt einfach über die Straße und so getönst, ne? Alter, da kannst du eh von Glück sagen, dass dem nichts passiert. Hauptsache, ich hoffe, die waren den nicht zusammen oder so. Also halt... Wenn der da einfach über die Straße rennt? Ja, könnte ich mir ein bisschen schlecht vorstellen. Oh, ich glaube, die sind nicht so begeistert, als wir zu spät noch kommen. Alter. Wirklich voll die Luxusvilla, einfach mal. Ich frage mich, ob man die kaufen kann. Wir sind Star. Ich bin zwar nicht eingeladen worden, aber naja, oder? Wieso hat der nichts an? Was ist das? Jemand, der schläft anscheinend. Alter, das war mal eine geile Luxusvilla. Ich weiß aber nicht, ob man die kaufen kann. Panzen. Kann ich die kaufen? Scheint nicht so. Schade. Funkeln der Sandstrand. Besuchen. Grundstück kaufen. Ah, okay. Da könnte man theoretisch auch einen Resort bauen. Wieso wohnen da alle schon? Kann man die nicht rausschmeißen? Hm. Einsame Insel läuft bei denen. Schmugglerhöhle. Ja genau, jetzt schickt er ihn heim, ne? Eiskalt. Was soll denn das für eine Scheißparty dann gewesen sein? Die Musik ist sehr laut. Nur so zur Info. Ach, das ist so ein Resort. Okay. Interessant auf jeden Fall. Frito. Was? Sie wurde ausgeraubt? What? Sind die Million noch da? Hä, was? What the fuck? Was ist das für eine... Ja, ja, ist gut. Nicht nochmal, alter. Was ist das für eine Time-Einstellung? Die wurden ausgeraubt, wohnen. Was? Willst du mich verarschen? Der wurde echt ausgeraubt, wohnen. Na ja. Na ja. Theoretisch müsste er dann morgen ein bisschen Sport machen. Wenn er mal heimkäme. Ach so, ja. Folgeband natürlich, ne? Ciao.